Das Projekt INTO JUSTICE widmet sich der Versorgung Folterüberlebender. Ein Kernelement stellt dabei das Case Management, auch Fallmanagement dar. Die Case ManagerInnen im Projekt ermöglichen eine bedarfsgerechte Hilfeleistung, die individuell auf die jeweiligen KlientInnen abgestimmt ist. Sie unterscheidet sich also von Fall zu Fall. Das Ziel ist die gerichtsverwertbare Dokumentation von Folterfolgen nach dem Istanbul-Protokoll, auf das wir in einem anderen Video noch genauer eingehen werden. Dabei arbeiten wir interdisziplinär, das heißt, es sind je nach Bedarf verschiedene ExpertInnen beteiligt. Diese kommen aus den Bereichen gesundheitliche Versorgung, psychologische Versorgung, Rechtsmedizin, juristische Beratung, soziale Beratung, Unterbringung Sprachkurse und weitere spezifische Beratungsstellen. Liegt bei KlientInnen ein Verdacht auf Folter vor, beginnen die Case ManagerInnen mit ihrer Arbeit. Unterteilt wird das Case Management in vier Phasen. Erstens, erkennen. In einem Erstgespräch wird die Situation der Person zunächst erfasst. Im Anschluss werden weitere Gespräche geführt, um ein umfassendes Bild zu gewinnen. Zweitens, vertiefte Bedarfsklärung. Nun werden die genauen Bedarfe ermittelt. Gibt es körperliche Einschränkungen? Wie ist die psychische Belastung? Gibt es noch weitere Bedarfe, die sich aus der rechtlichen, sozialen oder familiären Situation ergeben? Drittens, interdisziplinäre Sachverhaltsaufklärung. Sind die Bedarfe geklärt, organisiert das Case Management Termine mit den jeweiligen Fachdisziplinen, um die Folter möglichst gerichtsfest zu dokumentieren. In Betracht kommen eine psychologische Begutachtung, eine rechtsmedizinische Begutachtung sowie die Vermittlung an weitere medizinische Fachdisziplinen zur Abklärung unterschiedlicher Befunde. Die Resultate werden verschriftlicht und können als Beleg für erlebte Folter in das Asyl- und Klageverfahren eingebracht werden oder bei der Strafverfolgung der TäterInnen unterstützen. Die Disziplinen arbeiten durch das Case Management organisiert eng zusammen, sodass die Belastung für die KlientInnen möglichst gering gehalten wird. Viertens, Rehabilitation. Zur Rehabilitation gehört weit mehr als die Aufenthaltssicherung. Durch die Vermittlung in die Psychotherapie, die klinische Regelversorgung und andere Beratungsangebote wird interdisziplinär mit den KlientInnen an der vollständigen psychosozialen Rehabilitation gearbeitet. Durch das individuelle Case Management können wir auf die Bedarfe eingehen und die Versorgung genau anpassen. Eine respekt- und vertrauensvolle Beziehung zwischen KlientIn und AnsprechpartnerIn trägt außerdem zur psychischen Stabilisierung bei. Schreie und schreie und schreie die Senkungen wieder an. Schreie und schreie an. Schreie ein hulle somusa. Schreie so ein bisschen glück mit einer langsache oder blöshung. Schreie die Anwendung. Diese Draht ist insgesamt. Schreie an, auch zum Beispiel 2 oder andere Mal. Schreie an. Vielen Dank.